Rund 600 Radler traten am Sonntag bei der Radsternfahrt in die Pedale. Bei strahlendem Sonnenschein trafen sich zum ersten Mal auch auf dem Leonberger Marktplatz viele Fahrradfahrer. Diese fuhren dann eskortiert von der Polizei und angeführt durch Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Herrmann sowie Leonbergs Baubürgermeister Klaus Brenner auf Hauptfäckerstraßen quer durch Leonberg. Dann durch das Madental hoch zum Schattenring und hinein bis zum Stuttgarter Schlossplatz. Dort trafen sie beim Abschlussfest im Rahmen der Stuttgarter Fahrradaktionstage mit weiteren Gruppen aus dem Stuttgarter Umland zusammen.